Einiges ist sehr einfach und sehr direkt. Es muss positiv werden. Das muss ich für mich wieder zulassen. Das war halt früher bei Brüder zu. Der Lismus war irgendwie positiv und war offen. War natürlich auch angreifbar, aber war halt offen. Und das ist immer halt Schritt für Schritt immer mehr Mauern und so negative Vibrations. Das ist wirklich scheiße. Es muss alles wieder viel offener und positiver werden. Das war die Vibrations. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018